gkfx ein klon einer legalen plattform hier in dieser variante gk-fx.to ist fake da wird nicht getradet alles ist lüge welche chancen sagen wir dann dass sie ihr geld zurückhalten das ist ja für sie die wichtigste frage vorab die chancen sind viel größer als sie sich das vorstellen können aber wie das geht das verrate ich ihnen am ende dieses videos hallo ich bin eine ganz bald jochen resch zum thema gkfx wir haben hier eine fake plattform klon einer legalen plattform eine crypto die angeblich hier vorgibt tauschen zu können mit anderen crypto gehören hier ist alles fake von vornherein landen dann ihre coins in den taschen in wallets der verbrecher haben wir dann überhaupt eine chance dass sie ihr geld zurückbekommen was können sie tun manche gehen zur polizei und glauben damit alles getan zu haben was möglich ist ist ein irrtum eine strafe zeige ist schon richtig sollte man machen aber damit sollte man nicht erwarten dass die polizei in der lage ist geld wieder zu und insbesondere da nicht wenn das geld tatsächlich ein bekopter eingetragen würde also in der blockchain gelandet ist da muss man andere werkzeuge ansetzen wir können mit unserem system chain analysis dass wir nutzen und wofür die wir die lizenzen haben den weg des geldes in der blockchain verfolgen und mit einer hohen sicherheit auch das antwortet finden wenn sie mehr wissen möchten können sie mich gerne anrufen unter 030885977 oder sie können natürlich auch auf unserer webseite gehen von dem link dann sind sie bei dem artikel lesen den artikel und sie findet auch einen fragebogen nutze diesen fragebogen denn dann können sie tatsächlich hier ihr geld zurückbekommen bessere chancen was haben sie als sich das vorstellen können wie das im einzelnen geht erfahren sie dann natürlich auch und sie können von uns eine kostenlose einschätzung ihres falles bekommen mit dieser kostenlose einschätzung erfahren sie was wir konkret für sie machen können welche chance sie haben und welche möglichkeiten es gibt dass sie geld zurückbekommen diese einschätzung ist kostenlos sie bekommen eine information sie haben alle kenntnisse die sie brauchen für ihre entscheidung warum sie geld zurückkommen wollen dass wenn sie schaffen wir nicht mehr we betreiben hier ist das diese